Hallo zusammen, ich begrüsse euch zum neuen Video auf meinem kleinen und feinen YouTube-Kanal Wild & Untamed. Heute mit dem Thema, als bin ich euch schon länger ein bisschen schwach, da kamen immer mal wieder ein paar Fragen, nicht so viele, das mich jetzt gerade bewegt hat, um sofort ein Video zu drehen dazu, aber das hat sich jetzt doch in letzter Zeit wieder ein bisschen gehäuft und ich dachte, ich komme dem jetzt wirklich final mal endlich nach, also was zum Thema Fotoreisen. Die Frage dazu ist natürlich pro Con, also was ist toll, was ist schlecht, bin ich ein Freund von Fotoreisen? Natürlich bin ich ein Freund von Fotoreisen, ich mache die ja selber, beziehungsweise nehme auch selber Leute mit, aber ich möchte euch auch nicht erzählen, dass alles Friede, Freude, Eikuchen und Sonnenschein ist, das hat auch Seiten, negative Seiten, die man kennen muss oder die einem passieren könnten und da gibt es ein paar Dinge, die man vielleicht von Anfang an beachten muss, damit einem eben das nicht passiert. Und so steigen wir jetzt gerade auch ein. Fotoreisen ist ein Markt, ein riesengrosser Markt, das haben leider auch die gekapiert, die ganz normale, reguläre Reisen angeboten haben und die jetzt anfangen teilweise, was eine absolute Sauerei ist, reguläre Reisen einfach umzulebeln und separat nochmal neu zu verkaufen als Fotoreisen, ohne dass der Mehrwert darin für Fotografen steigt. Da ist es ganz wichtig, dass ihr abklärt, wer, was, wohin, also wer ist euer Guide, was gibt es zu sehen, was sind die Spezialitäten, wohin führt es uns, wie ist der Tagesplan, also hier lasse ich mir dann gern auch mal einen Tagesplan zukommen, ich habe das zum Beispiel kürzlich gemacht bei einem Neuen, der jetzt auch Afrika anbietet, die schiessen ja wie die Pilze aus der Erde und da habe ich mir so einen Tagesplan zeigen lassen und da musste ich lachen, ich habe den angeschaut und dachte, das ist nicht dein Ernst, oder? Also da war die Rede von irgendwie 7.30 Uhr aufstehen, 8.50 Uhr, 18.15 Uhr Frühstück, dann irgendwie Vorbesprechung, Besammlung und dann geht es raus, also bis ihr da am Spot seid, wo ihr sein wollt, ist es 10 oder kurz vor 10. Das ist genau dann, spätestens wenn das Licht in eine Richtung kippt, wo ihr eigentlich wieder eure Kameras einpacken würdet, euch wieder gemütlich auf den Rückweg zur Unterkunft macht und dann frühstückt, weil das ist eine Fotoreise. Eine Fotoreise heisst, früh aufstehen, früh raus, vielleicht schnell einen Snack, irgendwie ein paar Cookies in die Figur werfen, einen Kaffee für die, die es brauchen oder einen Tee, Wasserflasche auffüllen, raus. Und dann ist man erstmal ein paar Stunden draussen, bis die Sonne kippt, beziehungsweise bis die Sonne so weit aufgegangen ist und so hoch oben ist, dass das Ganze einfach nicht mehr schön ausschaut, dass das ganze Zeug ausbrennt, hässliche Schatten wirft und man dann einfach sagt, okay, jetzt werfen wir das Handtuch, wir gehen zurück und dann gibt es ein ordentliches Frühstück, ein Brunch, wenn man so will und dann über Mittag hat man ein bisschen Siesta, da kann man vielleicht am Pool, da kann man vielleicht eine Fotokritik machen, wenn es einen Raum hat, Seminarraum mit Beamer, da könnte man Lightroom-Kurse geben, man könnte Tricks und Knifse mit der Kamera zeigen und so weiter und so fort, dann nützt man diese Zeit, überbrückt diese Zeit und dann geht man halt so gegen, ja, halb drei, drei frühestens geht man wieder raus, das Licht ist dann immer noch, also in den meisten Gegenden Afrikas und in der Sommerzeit ist dann immer noch nicht optimal, aber zumindest ist man mal draussen und dann hat man ja immer noch Zeit, vielleicht muss man dann noch eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten fahren zum Spot, wo man eigentlich will, dann geht es sich dann schon auf und dann bessert das Licht ja dann auch wieder und so weiter, das ist für mich ein Plan, der Sinn macht und man kommt dann zurück, wenn man zurückkommt und nicht fixe Zeit, Abendessen ist 19, 15. Es gibt nichts Übeleres, als wenn man eine Unterkunft hat, die einfach nicht flexibel ist, die nicht ausgelegt ist auf Fotografen und wo es fixe Zeiten gibt, weil wenn ich zum besten Licht zurückkommen muss oder wenn ich dann auf dem Rückweg beim besten Licht noch irgendwas sehe, was sensationell ist, dann möchte ich doch nicht wegen Nachtessen hitzen müssen, zum zur richtigen Zeit beim Abendessen sein, dann möchte ich doch mal in die Verlängerung gehen können, 10, 15, 20 Minuten. Niemand redet davon, dass man dann eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde anhängt und das geht es ja gar nicht, aber eine gewisse Flexibilität und das haben viele nicht, weder beim Frühstück, noch beim Mittagessen, noch beim Abendessen und damit steht und fällt für mich schon relativ vieles und natürlich auch, wie gut sind die Fahrer, wie gut sind der Guides, wie gut ist der Photohost oder Coach, den du dabei hast und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich an eurer Stelle vorher in Erfahrung bringen würde und wirklich Fragen, kritisch hinterfragen, das Ganze abklären würde, weil unter Umständen ist die Enttäuschung gross. Ich habe so etwas Ähnliches erlebt letztes Jahr im Mai in Sambia. Da war ich, per Zufall habe ich mich an der letzten Lodge, an der Lodge, wo wir waren, haben wir uns gekreuzt mit einem der, ja, wahrscheinlich doch grössten, wenn nicht grössten Anbieter für Fotosafaris aus dem deutschen Raum. Der war dort mit einer Gruppe von, ich weiss nicht mehr, wie viele das waren, sicher um die acht Leute, denke ich jetzt mal, also weniger waren es auf keinen Fall. Der war dort und fand das dann interessant, habe auf der Webseite nachgeschaut, ob ich diese Reise, die ihr jetzt gerade macht, finde, habe den gefunden, habe den Preis angeschaut und hat das Angebot durch. Und da sind mir halt einfach auch Dinge aufgefallen, wo ich sagen muss, das ist nicht ganz seriös und nicht ganz professionell. Da wurden Versprechungen gemacht, die nicht gehalten werden konnten, wie zum Beispiel Wildhunde. Es wurde fast schon so, vom Wording her so verkauft, als hätte man fast eine Garantie, Wildhunde zu sehen. Aber noch viel schlimmer formuliert war es beim Beispiel Karminspint. Also ich blende den kurz ein. Das ist dieser wunderschöne rote Vogel, dieser Bienenfresser. Den gibt es in zwei Varianten, den nördlichen und den südlichen. In diesem Fall war es jetzt der südliche, wo ganz grossspurige Zelt wurde. Wer hat die Chance haben, vom Boot aus eine Kolonie mit tausenden Karminspinten zu fotografieren? Das wäre sensationell und toll und ein einmaliges Erlebnis. Und ich dachte mir nur, Mai, Mitte, Ende August ist kein einziger Karminspint in dieser Gegend. Dann bleiben die zwei Monate, vielleicht ein bisschen länger und dann ab, dann sind die wieder weg. Und dann kommen die nächstes Jahr wieder Mitte, Ende August. Also im Mai ist da kein Karminspint. Dasselbe war noch drin, irgendwas mit Pelikanen und sonst noch was. Wo ich einfach dachte, wie kann man sowas anbieten? Und das hat halt auch ihr gefragt. Macht einen Plausibilitätscheck. Glaubt nicht jedem Quatsch, der da drin steht. Fragt jemanden, der sich auskennt, ob das Sinn macht, ob das überhaupt plausibel ist. Und sonst eben, Dr. Google hilft. Also das mit den Karminspinten, auch wenn man keine Ahnung hat, das findet man raus, wenn man drei, vier Minuten, sagen wir fünf Minuten in Google investiert, hätte man rausgefunden, dass Karminspinte zu der Zeit nicht dort sind. Ich weiss es, weil ich bin regelmässig in der Gegend unterwegs. Ich war schon in vielen Monaten des Jahres dort und ich weiss, wann was wo ist und wann was halt nicht wo ist. Und ich würde das nie so ausschreiben, weil wenn du da natürlich Börder dabei hast, solche, die extrem scharf sind darauf, möglichst viele verschiedene Vogelarten zu fotografieren und vielleicht der Karminspint ganz, ganz hoch auf der Wischlist war, dann hast du getäuschte Gesichter. Also das ist natürlich nicht gut. Das ist sehr schlecht, das ist genau das, was ich als Anbieter nicht haben will. Ich will zufriedene Gesichter. Und dann natürlich am Schluss kommen, ja, das ist ja die Ausrede schlechthin, ist ja dann so was wie, ja, ist halt Wildlife. Da gibt es keine Garantien. Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt wirklich keine Garantien in Wildlife. Aber es gibt die Garantie, dass im Mai kein Karminspint in Lower Zambesien Nationalpark zu finden ist. Punkt. Das ist Fakt. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Und da ändert auch die Klimaerwärmung im Moment nichts. Zumindest jetzt noch nichts. Vielleicht ist das dann in vier, fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren so, dass man die auch schon im Mai dort findet. Aber aktuell ist es halt immer noch ungefähr August, wo das Ganze anfängt. Ja, das muss man halt wissen. Eben, darum sage ich, klärt das sauber ab. Überlegt euch, mit wem ihr geht. Entweder einen grossen, den man kennt, einen riesen in der Branche. Oder von mir aus auch eben einen kleinen. Ich bin jetzt zum Beispiel winzig klein. Mich kennt praktisch niemand. Ab und zu mache ich mal eine Ausschreibung auf Instagram oder so. Probiere ein paar Leute zusammenzukriegen. Oder Leute, die mich kennen, gut kennen und mir natürlich darum auch vertrauen, wissen, wenn ich was sage oder organisiere, dann hat das Hand um Fuss. Die kommen dann halt und schliessen sich irgendwie an. Aber ich bin jetzt kein offizieller, grosser Anbieter für Fotoreisen, von denen wir gesehen. Aber ja, kleine können auch nicht möglich sein, wenn man die halt über Mundpropaganda oder halt selber kennt und einfach weiss, Leute waren schon dabei und haben gute Erfahrungen gemacht. Dann kann das durchaus eine super Option auch sein. Ist natürlich dann auch preislich wieder interessant, weil die grossen Heuschen verlangen in der Regel ein bisschen mehr auch als die Kleineren. Haben natürlich auch einen ganzen anderen Apparat in der Dimension zu füttern und zu finanzieren, als es die Kleinen haben. Deshalb auch der Preisunterschied. Ja, und natürlich auch der Name. Die können sich natürlich leisten, weil sie einen gewissen Namen und Image in der Branche haben. Aber wichtig ist einfach, dass ihr vor Ort dann einen Partner habt, einen Ansprechpartner habt, der euch fotografisch weiterhilft und weiterbringt, euch weiterentwickeln kann. Das war für mich immer das Ziel. Also ich wollte nie mit jemandem auf eine Fotoreise gehen, also mit einem Anbieter auf eine Fotoreise gehen, wo ich nicht wusste, ich werde einen Coach oder einen Guide dabei haben, von dem ich noch was lernen kann. Also ich will mich ja, ich orientiere mich ja nach oben. Also ich betreibe ja Benchmarking und ich möchte ja wachsen. Ich möchte ja selber besser werden. Und das kann ich nur, wenn ich mich an Leuten orientiere, die besser sind als ich. Aus welchen Gründen auch immer. Aber das hilft mir, das pusht mich, das motiviert mich, das ist für mich super. Aber wenn ich jemanden dabei habe, bei dessen Kamera-Know-how, dass es ungefähr dort aufhört, wo man manuell eine Blende und ISO, eine Verschlusszeit einstellt, oder der es vielleicht knapp schafft, eine Kamera blind ein- und auszuschalten, das reicht mir nicht. Und das reicht auch den meisten von euch nicht, würde ich mal meinen. Also dahingehend gut abklären. Und natürlich auch, was sind die Serviceleistungen sonst? Kann man sich wirklich entspannt zurücklehnen? Ist das jemand, der sich wirklich kümmert und bemüht, wenn mal die Kacke am Dampfen ist? Weil das ist auch ein Thema. Habe ich letztes Jahr im September erlebt, als ich für Pangolin-Fotos erfahre, einen der grössten Anbieter in Afrika gearbeitet habe für eine Zeit. Und da hatten wir auch zwei, drei Kunden, die Probleme hatten mit gesundheitlich, aber auch mit Equipment. Und da sieht man dann halt auch, wie setzt sich der Anbieter jetzt ein, um für dich eine seriöse und vor allem schnelle Lösung zu finden. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen, denn ganz schnell. Weil da gibt es dann solche, die sagen, nicht mein Problem, Kamera kaputt, schade. Aber du hast jetzt halt noch von elf Nächten, hast halt noch neun. Nicht mein Problem, tut mir leid, ist out of my hands, das ist nicht in meiner Kontrolle. Ja, das stimmt. Aber man kann sich trotzdem so aufstellen oder organisieren und ein bisschen vorausschauend planen, dass man zum Beispiel wüsste, wo wäre von hier aus der nächste Kamerastore. Oder haben die und die auch am Wochenende auf? Oder könnte man eventuell sich irgendwo was vorreservieren für den Fall der Fälle und so weiter und so fort. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da bin ich der Meinung, das machen die allermeisten nicht. Das ist das, was ich zumindest höre. Ich weiss von ein paar wenigen, dass sie das wirklich sehr seriös betreiben, aber ich kenne halt einfach auch viele, die es nicht machen. Und da seid ihr in der Verantwortung, das halt seriös abzuklären. Und nicht einfach alles nur zu glauben, was eben auf so einem Marketingprofil oder irgendwo auf der Webseite steht, sondern wirklich hat diese Person oder hat diese Firma effektives Know-how in dem Gebiet. Auch schon erlebt habe ich, dass Fotoguides Leute in ein Gebiet geführt haben, wo sie selbst noch nie waren. Das ist unglaublich. Für mich ist das absolut unverständlich. Ich investiere jetzt dieses Jahr wieder in einen Trip, im September sind wir wieder weg, in eine Gegend, wo ich noch nie war, wo ich aber unbedingt, also im Land, wo ich schon mehrfach war, aber jetzt eine Gegend, wo ich noch nie war. Und ich investiere jetzt Geld dahin, in einen Trip dorthin, um das mir anzuschauen. Ich möchte die Lodge, mit der ich zusammenarbeiten will in der Zukunft, die gucke ich mir an. Ich gucke mir das Personal an. Ich gucke mir die Unterkunft an. Ich gucke mir an, wie flexibel sind die Leute dort eben für Fotografen. Ist das jetzt wirklich nur eine Location für Standard-Touristen? Oder würden die im Fall eines Falles, wenn ich mit 5, 6, 7 Gästen komme, würden die auf uns eingehen, wenn wir Wünsche hätten? Und so weiter. All diese Dinge gehe ich vorab klären. Schaue mir die Location an. Ich muss doch ein Gefühl für das Ganze haben, auch ungefähr für das Gebiet. Ich muss doch Fragen beantworten können. Und so weiter und so fort. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie es Leute gibt, die sowas so unseriös machen und anbieten. Und halt einfach deshalb die Fotoreisen teilweise ein bisschen in den Dreck ziehen. Und darum halt auch das Image manchmal ein bisschen schwierig ist. Ich kann es nachvollziehen aus den Gründen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, könnt ihr euch entspannen, zurücklehnen. Es wird sich gekümmert, wenn das seriös organisiert ist. Ihr könnt euch um euch kümmern, um eure Fotografie, Equipment im Schuss halten, die richtige Linse immer parat haben. Ihr könnt euch so koordinieren, dass Linsenwechsel schnell funktionieren. Ihr müsst euch um nichts kümmern, die Positionierung nicht. Ihr könnt vielleicht Wünsche anbringen. Ich hätte noch einen Meter vor, einen Meter zurück, etc. Es wird alles umgesetzt. Alles kein Problem. Aber ihr könnt euch entspannen und zurücklehnen. Und ihr müsst eigentlich nicht gross mitdenken. Ihr habt Spotter dabei, also Leute, die gucken für euch, die helfen für euch, das zu sehen, was ihr überseht, weil ihr kein geübtes Auge dafür habt. Kein geschultes Auge. Ihr müsst zuerst adaptieren. Ihr kommt irgendwo an, wart vielleicht noch nie in Afrika oder wart vielleicht noch nie in Spitzkopp. Ihr habt keine Ahnung, bis ihr euch mal eure Augen auf das völlig neue Terrain und die Landschaft eingestellt habt, ist der Trip schon halb vorbei. Die Zeit habt ihr nicht als Fotografen. Darum für mich ist da wirklich auch der Unterschied, eben der Weg ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Gute Fotos sind das Ziel. Ja, und dann ist es halt einfach gut, wenn man die Dinge ausladen kann, outsourcen kann, wo es einfach besser ist, wenn es jemand anderes macht. Und deshalb bin ich ein grosser, grosser Fan von seriösen Fotoreisen, aber ich bin ganz, ganz stark gegen pauschale Fotoreisen, vor allem von Anbietern, die beides machen und einfach nur umlabeln oder halt Leute mit euch mitschicken würden, die halt einfach weder vom einen noch vom anderen gross eine Ahnung haben. Das ist einfach extrem unseriös, für mich eine absolute Schweinerei und das gibt es leider auch. Aber eben, wie gesagt, ihr seid da in der Pflicht, klärt das seriös ab. Jetzt, was sind die Nachteile? Jetzt war ja alles sehr pro Fotoreise grundsätzlich. Die Nachteile können halt einfach sein, dass Gruppen zusammengestellt werden, die zu gross sind, aber auch hier, das ist wieder anbieterabhängig, ein guter Anbieter macht das nicht. Also ich zum Beispiel würde nie mehr als acht Leute mitnehmen, weil ich nicht mehr als acht Leute betreuen kann. Und wenn ich wüsste, es sind alle, die mitkommen, absolute Anfänger, dann würde ich sogar kleinere Gruppen machen als acht, weil acht ist Grenzwert. Also acht ist absolute Obergrenze, die ich alleine in der Lage wäre zu handeln, wenn alles Amateure und Anfänger sind. Weil kaum hast du beim anderen Problem gelöst, taucht da was auf und du bist nur am Rennen. Am Abend bist du fix und fertig, du bist total ausgelaugt. Also da wäre so eine Grösse von vier bis maximal sechs eigentlich idealer. Es geht mit acht, aber ja, schwierig. Das ist so, ja, für mich auch noch sehr relevant. Und natürlich auch, werden die Leute ausgewählt, nimmt man jeden, der einfach bereit ist zu zahlen, werden die Leute ein bisschen ausgewählt, dass man so poolt, dass man eine Gruppe zusammenkriegt, die sehr wahrscheinlich harmoniert und funktioniert. Oder ist der Anbieter so groß, dass wenn man feststellen würde, irgendwas ist nicht optimal, dass man aus anderen Gruppen irgendwie eine neue Mischung zusammenstellen könnte, wenn das gewünscht ist, wenn das sinnvoll ist, und so weiter und so fort. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber teilweise geht's. Das sind halt so Dinge, die erwarte ich von Profis. Und halt von den Amateuren oder die halt möchte gerne Fotoreisen anbieten, die kümmert das halt wenig. Die stellen die Reise zusammen, wer zahlt, zahlt, ist dabei. Und wenn du Pech hast, habt seid ihr acht oder zehn Leute, acht oder neun davon verstehen sich Blenden und ihr habt eine oder einen runter, der euch den ganzen Trip versaut und nur am Meckern ist, nur unzufrieden ist, völlig anderen Fokus hat, als ihr zum Beispiel nur Vögel fotografieren will. Und ihr interessiert euch vielleicht halt auch für Pflanzen, Schmetterlinge, was weiß ich, und möchtet halt auch mal zehn Minuten irgendwo anhalten und einen kurzen Break machen für irgend sowas. Das kann echt mühsam werden. Und da muss man sich dann als Host, als Guide durchsetzen und halt den Tarif durchgeben und sagen, was Sache ist. Aber auch das führt nicht unbedingt zu einem besseren Klima. Man hat definitiv immer Leute, die am Schluss unzufrieden sein werden. Und das ist natürlich schlecht. Also ich kann es mir zum Beispiel erlauben, meine Gruppe zusammenzustellen. Meine Gruppengrösse und ich stelle die richtigen Fragen und ich tue nur Leute zusammen, wo ich denke, das passt. Ich hole mir nicht in eine Gruppe Profis und absolute Amateure zur selben Zeit. Wenn überhaupt, dann nur in einer kleinen Gruppe. Dann kann das funktionieren, da habe ich genug Zeit und dem Profi muss ich mich in der Regel auch weniger kümmern. Der will ja vielleicht gewisse Tipps zum Thema Tierverhalten, zur Umgebung, wie, was würdest du, du hast das schon viel gemacht, ich nicht, was würdest du mir raten. Das sind dann die Art von Tipps. Aber für den Anfänger brauche ich dann wahrscheinlich mehr Zeit und das geht dann halt besser in einer kleinen, kleineren Gruppe. Aber das ist natürlich ein Sonderfall, wenn man, wie ich, das Ganze klein zusammenstellen kann. Die meisten haben einfach fixe Gruppengrössen und nehmen halt mehr oder weniger das, was halt zahlt. und das kann halt sehr toll sein, das kann halt auch ein bisschen schwierig sein. Zum meine Meinung. Ich habe jetzt persönlich keine schlechte Erfahrungen gemacht, auch damals noch nicht, vor ein paar Jahren noch, wo ich dann auch eher selbst mit Gruppen unterwegs war, in der Größe zwischen vier bis acht Leuten. Auch da hat es immer funktioniert. Aber es kann halt auch in die Hose gehen. Das ist so ein bisschen das. Dann, wieso nicht selber gehen? Man könnte ja noch mehr Geld sparen. Man kann sich ja die Routen, die die anbieten, kann man sich anschauen und dann kann man das ja selber zusammenstellen. Und das stimmt auch. Da könnt ihr locker, locker, locker ein Schweinegeld sparen, wenn ihr das selber macht. Aber sparen ist in solchen Fällen schwierig. Eben, ihr kommt an, wart noch nie dort. Ihr kennt niemanden, wisst nichts. Was Google sagt, ist schön und recht, aber vor Ort ist die Situation immer anders. Ihr habt keine Erfahrung mit Landschaft, Umgebung. Ihr habt keine Erfahrung mit den Tieren, Tierverhalten. Ihr wisst nicht, wann, wo, an welcher Stelle ist das am besten. Das weiss man vielleicht von den absoluten Foto-Hotspots, weil es irgendwo auf Google steht. Aber ganz generell, welches Löwenrudel oder was sich wo, wann, zu welchen Zeit am liebsten rumtreibt und ob es dort vielleicht irgendein spezielles Setting gibt, das besonders cool sein könnte, falls da was drauf sitzt oder davor liegt oder dahinter ist, etc. Das wisst ihr alles nicht. Das müsst ihr alles in Erfahrung bringen selber. Und das ist mühsam und das frisst Zeit. Und wenn ihr da nur 11, 12, 13 Nächte oder vielleicht, von mir aus auch 2, 2,5 Wochen unterwegs seid, da geht relativ viel Zeit flöten, die ihr eigentlich nicht habt auf einer Fotoreise. Und ihr müsst halt alles selber organisieren. Ihr müsst euch um alles selber kümmern, bei jedem Problem, bei einem Auto, das ausfällt. Ihr habt nicht einfach einen Ersatzwagen irgendwo rumliegen. Das kann unter Umständen einen Tag, 2 Tage dauern, bis ihr euch so organisiert habt, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, dass ihr wieder mobil seid. Das ist schon mal ein Tag bis 2 Tage, sind einfach futsch, einfach weg, erledigt. Und so weiter und so fort. Also das zieht ein richtiger Rattenschwanz hinterher. Dann müsst ihr selber fahren. Das heisst, im richtigen Moment seid ihr meistens gar nicht in der Lage, überhaupt zu fotografieren. Ihr müsst zuerst euch positionieren, ich müsst halten, ihr müsst das Fenster runter. Dann ist die Action schon vorbei. Also ihr könnt euch nicht zurücklehnen, entspannen und die Show geniessen und seid ready, wenn es sein muss. Sondern ihr müsst euch um alles kümmern, organisatorisch, das eigene Fahren, das eigene Planen, das Strukturieren vom Tag etc. Alles selber. Und das kann schon sehr, sehr ermüdend sein oder anders gesagt extrem entspannt, wenn man es an jemandem abgeben kann und einfach sich nur an gewisse Deadlines halten muss, wann, wo, wie, fertig. Und der Rest ist organisiert. Das ist natürlich schon eine tolle Sache. Und vor allem, wenn man alleine kommt, ist es natürlich umso schwieriger, eine Lodge oder wo auch immer man umgebracht ist, dazu zu bringen, dass halt Frühstück flexibel ist, Mittag flexibel ist, Abendessen. Das funktioniert teilweise, aber häufig eben auch nicht, weil nur wegen zwei Nasen stellen die selten das ganze Programm um. Von dem wir gesehen, sehr kritisch. Und wenn ihr selber kocht, wenn ihr kämmt, was natürlich die billigste Variante wäre, dann müsst ihr so das Ganze einplanen. Auch wieder. Es frisst Zeit, das ist extrem intensiv. Ihr müsst das vorbereiten, aufbauen, machen, tun, waschen usw. und am nächsten Morgen möchtet ihr ja wieder verdammt früh aufstehen, zum besten Licht, am besten Ort sein. Das macht euch fix und fertig. Also das kann man machen. Und ja, es spart Geld, aber ob es der Trip ist, der euch dann wirklich gefällt und euch auch noch ein bisschen Erholung bietet im ganzen Stress, da bin ich nicht überzeugt von. Und eben, ihr müsst alles auf die harte Tour selber lernen. Ihr habt die Infos nicht, ihr habt das Know-how nicht. Ich wäre das sehr, sehr, sehr vorsichtig. Gerade jetzt bei Wildlife-Trips finde ich es extrem schwierig. Wenn man eher landschaftstechnisch unterwegs ist, wahrscheinlich eher noch, aber im Bereich Wildlife, da sind so viele Zusammenhänge und Dinge, die man kennen muss und Sachen, die man wissen und verstehen muss. Ja, ich weiss nicht. Also ich würde es nicht empfehlen. Ich habe das auch schon ein, zwei Mal so probiert und ich war nachher immer fix und fertig. Also das war echt anstrengend und das Schlimmste im Ganzen war, ich hatte im Endeffekt nicht mal unbedingt die Ergebnisse, die ich wollte, sondern nur Teilergebnisse erreicht. Das heisst, das Ganze war dann nicht mal wirklich zufriedenstellend, dass ich hätte sagen können, das war jetzt besonders toll. Klar, ich habe eine tolle Erfahrung gemacht, das kann auch was wert sein, aber als Fotoreise, mit Foto als Ziel, ist das meiner Meinung nach nicht der richtige Trip. Eben, es sei denn, man kennt Leute vor Ort, man hat erfahren und ist mit den richtigen Personen unterwegs, dann kann das klappen. Aber ansonsten seid ihr besser bedient, wenn ihr wirklich eine seriöse Fotoreise bucht, euch zurücklehnt, entspannt und das Ganze geniesst. Das war es so ein bisschen von meiner Seite. Was mich jetzt natürlich wahnsinnig interessieren würde, interessieren euch Fotoreisen? Möchtet ihr das mal selber machen? Wohin wird es gehen? Habt ihr schon mal eine gemacht? Und wie war das für euch? Hattet ihr Spass? Hattet ihr eine gute Zeit? War das toll? Oder wart ihr eher enttäuscht im Nachhinein und dachtet, das, was ihr bezahlt habt, habt ihr eigentlich gar nicht bekommen? Ich wäre extrem gespannt. Ich bin ganz, ganz gespannt auf eure Inputs, auf eure Kommentare. Bin schon sehr neugierig. Haut in die Tasten. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann seid doch so nett. Lasst mir ein Like da, würde mich wahnsinnig freuen. Und natürlich ein Abo, das würde mir extrem helfen. Euch tut es nicht weh, euch kostet es keinen Cent, aber mir bedeutet es die Welt. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt gesund, bleibt mir treu und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.